So, Bumi! Bumi, weißt du, wo diese Insel liegt? Ach, jetzt erinnere ich mich. Dort kann man das Erz finden. Sie heißt Vier Pfoteninseln. Und sie ist genau da. Da ist doch gar nichts. Die Insel ist auf keiner Karte zu finden. Deshalb wird man hundemüde, wenn man nach Vier Pfoten sucht. Hüste! Naja, egal. Ihr solltet besser den Hinterausgang nehmen. Konsul! Bring Arn und seine Freunde zum Geheimausgang. Sehr gerne. Viel Glück, Arn! Schauen wir mal, ob ihr den Weg nach draußen selbst findet. Was soll das alles? Ich weiß nicht, aber ich schätze, wir müssen den Weg nach draußen selbst finden. Das kann doch nicht so schwierig sein. So ein Arsch! Okay. Okay. So, ich glaube, wir brauchen wir die Kiste. Ja, brauchen wir. So. Ne, hier müssen wir jetzt ziehen. So, und jetzt brauchen wir mal Wasser, oder was? Aber extra... Ne, warte mal, wenn ich jetzt... Ja. Ja. Super! Scheiß! Ach ja, ich wüsste mir was machen. Okay. Wasser her. So. Ist hier so, und dann... Nein! Ach man, das ist heute doch gar nicht. Hallo. So. Jetzt brauchen wir... Katara. Ah, super! Es reicht wieder nicht bis dahin. Es sei denn, wir machen... Ne, das klappt ja auch nicht. Wenn ich jetzt Wasser bändige, geht das ja nicht. Ne, es geht ja jetzt nicht. Ah, das ist ja wieder super toll hier alles. Ah, ein verdammter Block! Geh, ich will eine Eisbrücke machen. Ich hoffe, das klappt. Ach, ahn, Mensch! Ist auch ganz schön stressig, muss man mal ehrlich so sagen. So, ich hoffe, das klappt jetzt. Jawohl, es klappt. Ach, herrje, ich seh's schon. Boomerang-Action. Ach hier, das Ding muss man auch noch aktivieren. Ich glaube, wir müssen uns hier reinstellen, irgendwie. Passt. Das ist doch nicht. Ähm, ich fühl mich ein bisschen verarscht. Loll. Hier geht's nicht. Äh, ja. Aber warum geht denn das nicht? Nee, nee, nee. Schon ein bisschen zum Kotzen gerade. Hä, wie muss denn das Socker stehen, damit das auch funktioniert? Na, hier sei es wohl noch zu weit weg. Nein, es klappt. Super. So, ich dachte erst, diese Nische wäre es, weil die ja so auffällig da ist, aber naja. Dem war dann doch nicht so. Okay, dann doch erst hier. Ach du Schüße, was ist denn das? Ach, ich muss mir mal das Ding besiegen. Los, komm her. Ich glaube, du musst du da noch festhalten. Ich seh schon. Och, nee. Wie war das? Ich glaube, ich glaube, die muss man irgendwie... Ich glaube, es wird alles offen. Ja, jetzt kommen wir hier lang. So, ähm, Katara Wahrscheinlich auch, ja Plup Ha, und schon Ist das Ding Unfähig, irgendwas zu machen So, nach oben Ach, Kacke Sind die schon da? Bam, 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 bam Okay, sterben, ey Einmal kurz heilen Ach, ein Feuerbändiger, scheiße Hier doch Gut, wir müssen hier hoch Na komm So Ach, wir müssen hier hoch, alles klar Ah, aber Na gut. So. das war da jetzt... uah, du meine Güter! So, warte mal, ich will mich jetzt hier unten umschauen und was hier drin eigentlich ist. Nichts! Super! Ach, ne! Oh, auch noch beides! Ein Feuerbändiger und so ein Typie! Waaah, verdammt! Och, geht mein Tisch auf den Sack! Komm schon irgendwie wieder weg? Natürlich nicht! Scheiße! Ach, kacke! Ach, kacke! Alles klar, jetzt kommen wir zum den Typ hier, come on! Bäm! Ach, man, geht mir nicht auf den Sack! Ach, Gott sei Dank nur so ein Schwertkämpfer gewesen! Ach, du kacke! Ich muss ja die große Klappe haben! Scheiße! Ach, Mann, ey! Ach, Fresse! mich auf den Sack, ey! Mann! Mö! Ach, Mann! Ja, ist klar! Boah, Alter Ach, Gott sei Dank Katara, einmal bitte heilen So, und jetzt mach ich mir einen Safe State, ey So, Safe Game Oh, hey Nein Alter Alter Nein, 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 nein Huch, ne So 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 Okay, so trifft doch schon mal zwei So trifft doch kein Ich muss den loswerden hier Ich muss den loswerden hier Juuuute Ich glaube, wir müssen von hier oben werfen Oh, das muss doch klappen Ah, jawohl Hier ist was Das ist eine Energie Oh, der Postrutschen Kack wieder Aua, Aua Ey, hauen wir mal auf damit, ey Oh, speichern So Oh Was machst du da Der König ist ein Narr Indem er euch erlaubt hat, hier zu bleiben, hat er die ganze Stadt in Gefahr gebracht Gehen wir einfach, dann geht die Feuernation vielleicht auch Es gibt größere Dinge als die Feuernation und deinen wertvollen kleinen Avatar Ich werde für die Stadt tun, was auch immer ich tun muss, wenn dies bedeutet, den Avatar zu vernichten Dann soll es so sein Okay, wir sollen ihn jetzt besiegen Jetzt Ah, jetzt Geht doch Stirb, du Arsch Na komm Aua Na komm schon Geh wieder auf deinen Teil Ah, alter Was muss ich denn jetzt machen, um den zu kümmern Regeln Ich bin grad ein bisschen überfragt Sagen wir nicht, ich muss jetzt mit Zocker rumhantieren hier Ja Ja Ist in Ordnung Und jetzt so Bäm Das wird doch mit Zocker rumhantieren Na komm Boah Hallo Würdest du jetzt mit deinem Steinbiss Strom hantieren? Jetzt so Dankeschön Ach Mann Ach Mann, ist das stressig mit dem hier Ha Sehr schön Ach Arsch Schlag doch nicht vorbei Hey Ach, ja. Aua. Komm schon. Ne, endlich. Bam und zack. Auf die Schnauze. Och ne, jetzt muss ich den trotzdem immer noch einmal treffen. Bam. Arsch. Ich frage mich, was er mit dem Ding meinte, die größer sind als die Feuernation. Komm, gehen wir. So. Oh, ab auf Abba. Bist du bereit, Umarschuhe zu verlassen? Natürlich. Jib, jib. Obst speichern? Ja, bitte. Das Team findet die vier Pfoteninsel und landet in der Nähe eines Dorfes. Okay, Leute, ich werde erst mal die Aufnahme beenden. Oh, da oben ist Momo. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Avatar. Bis dahin, Leute. Und tschö, tschö. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute. Bis dahin, Leute.